Wer ist hier? Okay, danke. Ich hatte die einfach getötet. Ich glaube, das kommt auch noch ins Video, okay? Das schneide ich wieder ins Intro. So little bitch. Ja, von mir aus. Prä-intro. Ja, vor allem vor das Intro, weil wir ja ein Intro haben. Okay, also dann fangen wir jetzt an. Ja, jetzt auch Freddy. Also, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Let's Plays. Jan und Freddy sind auch dabei. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, dass ich auch vier Tode habe. Eigentlich oder so, aber irgendwie wurden die hier übernommen. Du musst einfach sterben, guck mal. Ich habe jetzt Freddy einmal getötet, jetzt ist Freddy und meine Tode wieder da. Soll ich dich töten? Ja, Freddy und deine Tode waren bei mir die ganze Zeit da. Hä, bei mir nicht. Doch. Du musst jetzt, geh mal kurz an Zeuge, ich geb's dir gleich wieder. Nein, warte, ich will es da hinten kurz hin. Hä, ich töte die einfach so, hab ich auch. Ah, Freddy, du machst das Zeug doch hier kaputt. Ja, egal. Töte Freddy. Nein. Okay, töte mich, töte mich mal. Nee, guck, bei mir ist das, ah, bei mir ist das jetzt ein Tod. Ja, bei mir doch auch, du Fisch. Und eigentlich habe ich schon meinen Fünften jetzt, aber egal, das ist doch nützlich. Geh, du Fisch. Ah, der will mich auch töten. Nein, nicht. Verpestig, 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 verpestig. Nein, ich frage dich nur von wo du kommst. Du bist doch da hinten kein Bett. Oder was ist da los bei dir? Ich bin bloß entlang gelaufen. Also. So aus Wurzweiste. Hello, Leute, sie sind ja jede Menge Creepers und... Ich habe eine Schaufe, pass auf. Oh, Fokio, sie sind ja auch. Oh, ja, Matapaka. Wo sind Fische? Oder irgendwelche Viecher? Fijo, Fisch, Männer, Minimap, IC, Fijo. Oh, ja, ich habe auch mich nicht mehr drin, wie ihr seht. Oh, halt, halt, ich bin hier das doch eigentlich gar nicht mehr. Da, Zeug, gosh. Die mir da Zeug, da, hier, dann sieht's ganz gut, halt. Ja, wenn du dein Zeug hast, dann soll ich hier sein. Ich habe nur die Karotten, die du mir hat gegeben hast du Fisch. Was wollt ihr da oben rein tun? Oh, no, 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 no. Wo kommt ihr hier aus Letztes, halt auch da, komm, scheiße, komm, komm in dein Ess. Scheiße, komm, 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 komm. Scheiße, komm, 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 komm. Ich kann das auch nicht mehr tun, Leute, ich hab mir was damit zu tun. Also für so rüstungsdöns oder sowas, persönlich lernen sollten wir aber ein Schmiedküß da haben. Also die Ordnung, aber wir haben keine rüstungsdöns. Halt dein Maul, Alter, bitte mal leise, weil Sakan is my girl. Sakan is my girl, you know. No, I don't know. und we don't give a fuck! Wasser? Einfach da draußen? Ja, ich weiß, ich halt... Ich versuch grad einen Schnack... äh, Schnack zum Schnabben. Schnapp, schnapp... Läuft Schniedel ab! Aber jetzt seh ich sie nicht mehr und ich hab sie nicht richtig erwischt. Schnapp, schnapp, Schniedel ab! Warum seh ich nicht den einzigen aber Freddy's? Warte, ich will schon mal kurz. Aber dann sieht man die IP an, ist ja egal, oder? Äh, ja. Oder? Äh, äh, äh... Also gut. Die ist mal wieder anders. Oh, da ist ein Donner, ich will, dass hier Leute auf mein selber kommen. Mann, du hast immer kein Skind drin! Du hast immer auch kein Skind. Aber ich hab' bei mir und du hast bei mir eine drin. Ah, 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 ah! Stab in der Nähe! Nein, lass doch kurz! Hau! Ich wollte dich gar nicht töten. Ja, ich hab' noch, zuhörst! Nennen 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 nennen, Klasse so wenn ich nur ich habe mit der Kopfbettel Gäste Klobett Geld gut ihr habt sind Gäste klar aber kein eigenes Klo wahrscheinlich oder Lott da drüben kommt also wirklich ich habe es nicht so weit drüber gebaut weil ich jetzt dieses Wasser machen so viel Zeit wo wir sind Prozent da rechts Prozent und dann kamen die geschickt er hat doch doch was er da hat gesagt nach Leute bereich zehnmal alter Prozent nicht gesagt Prozent Prozent Ihr bettelt euch auch nur minimal, oder? Man hört es. Alter, da sind die... Ich hoffe, ich bin der Schöne zu starten, das ist unfair. Unhehrenhafter Gegner, du. Du bist auch unfair, Freddy. Nein, unhehrenhaft, habe ich gesagt. Das ist jetzt nicht ein. Alter, Freddy, was hast du geschafft? Jan, was hast du geschafft? Use blanks and sticks to make a sword. Gott, ernsthaft, hast du zum ersten Mal ein Schwert gemacht. Ja, das ist stark. Nichts gespeichert wurde. Ja, das richtig. Du schlägst die Wand ganz hinten in der Ecke und dich sterbt. Was? So ist recht. Leif bei deinem Schwert. Starb an Aids, du kackst, schlag dich mit einer Wackel ab. Dafür wüsste ich sterben. Scheiße, ich bin echt zu dumm, diesen dämlichem Leitung zum Kacken. Ich weiß. Ja, ich auch. Stop kill him, you little bastard. Ich hab dir nichts getan. Ja, ein paar Spaß zu wollen. Irgendein Werkzeug, du bist zu töten. Ich so nicht, Spitz, Spitz AG, damit ich mal was abbauen kann und wir Werkzeug machen. Ich habe eine Schlauberger, Werkzeug, Herr Wachow, kein Hälter, kein Hälter, kein Hälter. Niemand hält dich auf, Freddy. Ja, ich bin nicht. Heulspitz AG, Högl. Der Kurfen wurde den Menschen unsfectinal úsmotiv, seiner Ausgabe eine Versammlung. Ja, ich bin nicht dabei. Ich möchte aber nicht über ministrikt Wenn dieination von Urgenzahl, der war dann God, der erste Rösse reduiert, bei der franred oder weltweit Diab ein Konflikt zu fördern. Goldharnisch aber es ist eine Klappe Spitz hat die Jetsch Prozent und so ist für euch bestimmt wenn die wie solche das Ding Reiki ins Ziel Gottmein Auer ich so steine und dann ja ich sie ich muss aber da ist klar eine Glasscheibe bringt die mir bitte ja natürlich mein Herr ja ich muss auch für irgendwas was man so durch Wasser gucken kann ich lege mich ins Bett aber schlaft auch schlaft ihr Fische Blubblub Freddy wo bist du eigentlich voll in der Pampa ja ich sehe es Volker Brotten paar Steinchen wenn sie sich die Erküpfung auf der Map sehe ich euch ja was ist der Freddy ich sehe nicht ja ich sehe ein Weckwartung deshalb bei mir in der Nähe oder von der Vorwärmung bei der Ecke altkonten werden wir gar nicht in der Welt laufen also ich hab dich schon lange gesehen auf meiner Karte legt euch mal ins Bett ihr Fische bei dem Pisser gern dein Bett aber dreimal das war voll cool halt ich hab vorher cool danke ich hab vorher was aufgenommen und dann also so ein Ding Tutorial weil ja 177 rauskam und dann klingelt äh klingelt nicht mehr äh dann vibriert mein Handy einfach so mit einer Aufnahme fische und das war zu sagen erstellt in der Städte der Liedelte der Oberbürgermeister wer schreibt ich kurz wer mit der ja er er heute betrunken ob es gar nicht klingeln hier solle okay der musste bis drei mal nein du Ficker verbrechst doch was er sagt ich hab ne Holzspielzake alter woher hast du den scheiß Bogen die ganze Zeit dabei jetzt geht die Eckenheit mit ausbauen und das ist es nur 1 2 3 4 wenn ich guck mal schnell neil geht zurück holen blub blub ah trottel ja 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 ich sehe nicht dreimal weil du dich im Wasser spiegelst du hast vorher was so mit der Kolonie erzählt erzähl mal was bisschen drüber unsere Zuschauer wollen was drüber lernen oh ne mein Bruder hat die Hausaufgabe nicht gemacht ha der hat schön an die Geschichte das braucht man dann und sein Bruder ist bestimmt nicht älter ha 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 mein Bruder ist genau so alt wie ich sieht genau so aus wie ich aber wir sind keine Zwillinge Plus zwei hohoho weil die was machst du da in der Truhe ist nichts in der Truhe ist nichts hab ich gesehen warum 1 einigen Abfahrt ging es darum er nachbauen mit wo und so hin ja ausreichend steigern mit der Ruhr guck mal ja an bei mir im single-player war das schon einfach da wurde uns aber ein angezeigt auch voll komisch weil die beiden ist einfach nicht da auf dem Server Arschloch-Server doch sicherlich um die aber er war auch ein kompletter und aber die machte kein Kommen sind eine Rechte Fische geht in die Höhle und Bach Freddy gehen bei mir im Keller runter da in der Gruppe zu gestritten nein aber da geht es runter auf eben auf die Gantt hat er konnte bei der Welt da geht ganz tief weiter er kann sagt er war ein finden kommen mit freddie freddie kommen und man hat mir ja auch schon seitdem der kunden der einen der mich ein hess noch als ein märz die körperte der ruf die bürger und wird auch der ruf und abdeckte ihn haben dort durch die europäische Ehe in der Karte der Prozent 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 Stapet Komet und dann der die Mauer der Räder mit dem Geld nur wo ist das Geld ja der Komplett ich wollte ihn in den Spiel auch Köln und damit er und springen einfach da in der Mitte runter, unten ist Wasser. Freddy, geh nicht in andere Keller. Unsere finden sie viel besser. Du hast kein Spaß. Nein, geh jetzt da runter, da ist Wasser. Ich bin ruhiger Urschlägs. Viel Spaß beim Hochlaufen, dann nachher auch. Ja, läuft. Ich hihihi, ja. Ich hätt' mir aber vielleicht vorher mal einen Spitzer gekraften müssen. Nein, da unten machen wir noch keine Spitzer. Nee, nee, nee. Ja, das ist schwarz. Sehr recht. Was ist denn schwarze? Oh, oh. Das ist eine Höhle. Ja, das ist eine Höhle. Warte, ich war eine Spitzsacke runter, Freddy. Nee, ich brauche Essen und Leben, weil ich mich erschlagen musste. Doppelwertig leben runter. Ich hab' dir zwei Karotten und eine Spitzsacke hingeworfen. Und leben. Jo, che di mi? Ihr werelt leben? Ich hab' auch? Warte, frag' schon gesagt assistants. What about go? Fuck yourself. Ich komm' mir her nicht mehr hoch. Ja im Baublöcke hin. Ja, ich weiß, es ist so nicht perfekt gebaut. Ich hab' die liegt hier oben, das abholen. ich kann da ein Händen und Schlauberger am Baublöcke in der Einwanderbose mit der Hand ab ich hab nur Kobblestone aber hallo Tja bei der Spitze herunter warum bekommst du Schaden nein Freddy so hat er das ist gelett das ist gelett, wo kommt dieses Dabys gelett her Goh, fuck yourself little bastard Gott, Gott, stopp, I need you ich sammle die Karotten und die Spitzsacki wieder ein, sonst die spawnen die Sachen noch, alter es wäre zu schade um die ich bin froh jetzt kannst du ja essen und eine Spitzsacki mitnehmen nein, alles deine Schuld weg dich gib mir laufe ich bin ganz hart, der grenzt dich nicht durch, ich bin dort, das kommt irgendwie komisch ey Freddy, baut euer Zuckerro ab rediger Film ah, du Spaß macht's wieder hin guck mal, ich bin sozial, ich mach das das läuft gleich hier verdammt es hat sich gelts Fred, du kack, gut Aar und Jürgen, hey, mein Schwereser, ich schätze euer, euer warum sind eigentlich die einzigen Tode die die lieben sind, meine der meine Doppel ich habe zwei Jahre sind auch gewesen, dass du in ganzen Spiels 2 Tode ja das haben wir nicht von Anfang an gehabt abwärts der Städte auch mal ein ab das war geht nur ja nur wollten die neue Jahre das Verlug geht auch die Unabhängigkeit ich schlage es mit dem also ich sage alles sachen ein die hier trocken weiter St Nein, des Zuckoro machst du wieder hin Moing Wenn Freddy sich da schlägt, warum soll ich das dann hin machen? Freddy mach' ich nicht selbst Ich baue sie eigentlich ab, aber egal Mach' diese hin Hallo Freddy! Hallo! I can see you! Hallo! Wäsche es aus, was ich jemals gebaut hab' freddy du bist gut du brauchst sie halt da unten rein vor allem weil es nicht so überflüssig ist an der Tür ist da geh ich nicht rein guck mal was Freddy gewarnt hat hier ich wollte eigentlich die Tür aus komm nicht raus doch mal ich hör nur mein Zeug kurz aus komm hallo ah nein 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 für dich Juno geht auch da hier gut dass du die Tür zu machst da drüben kommt trotzdem noch Wasser rein du Fisch ich hab keinen Bogen dabei sonst kann ich dich jetzt oh Arschloch verhalten guck mal ich bin sozial ich geh wenigstens zur Tür rein und machen die hier zehn Sachen kaputt hallo Jan wir haben kein Geist guck mal cool wo man Erde hin oder so Mann steuern verpüß dich ah pass auf ah kill it sorry peace ich hab zwei dreißig Tore hier ist schon irgendwie langweilig oder das ist das ist gut durch zwei Teil war für die geil die warte mal wer hat sich da gerade eingebaut deine Mutter da ist eine Tür ich war doch eigentlich die Tür aufmachen und du hast so lange auf die Tür und du hast so lange auf die Tür, bis es Glas weg war warte ey ey was braucht das nicht, das ist mein Ding, das ist kaputt lass mich in Ruhe alter, sonst wein ich wieder ja wein, 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 wein lauter wein, wein, wein lauter eh, alter, meine Stimme, sie ist da wo in, das ist, das ist wo such Glas so ein Glas zu Deutsch äh was ist denn Deutsch ich kenne ich nicht also wurde uns durch abgut der gewartet ist wer hat da freddie weiß er was ist er was ist hier was ist hier also ich was wissen das ist der Weg vom Haus das ist der Koppel ein Weg weil schön denn er hat sich angestrengt das ist nicht mehr in der Bordeaux das sind die in die in die die in die Köln sind hätten die Niederländen die Niederländen die Niederländen die die Niederlande an die Niederlande an die Niederlande was ist das anzummen die Mönchung beim Verlänger den Lied nahm der Ehrung wohl warum wieder ganz viel zu gewohnt wird nun geht es um die Arge auch mehr wenn es ausstehen von der Oberlinie alte was denn was habe ich damit zu tun weil die als Senni was sage ich kein Freddy was sage ich und du hast ein Staff wieder geholt wo heißt mich ja vorher noch mal noch 5 2 getötet ich bin mal untergesprungen und fähig guck mal ob noch Sachen wie das sehr gut glaubt sie sind nicht gesund und nicht nur auf der Torte liegen zu den Sand in den Ofen oder in den Richter ja ich guck gerade nach ohr alles im Ofen ach hier bist du nicht hochgekommen wo ist der Zuckerrohr wir haben nicht mehr so viel was für Zuckerrohr der das was alles fehlt das hat Dome ich kann also ich als ob ich sowas machen würde ich kann euch gern wieder bringen welches aber um jemals an dem Sinne außer wir auf deiner Farmer um warte ich bringe euch wie wie braucht ihr ein Steck hier sind hier sind hier ich habe nicht mal welche als Sambay da ist immer so mit das guck mal ich guck jetzt holst du einfach das Fleisch alter da das abmeld ich töte den Zombie und du schnappst dir einfach das Fleisch das ist richtig da ist ja nicht die ganze Zeit und katsch was hattest du denn ein paar Karotten und das war's die Karotten auf das auf die Glasfläche von Jahren gelegt stark schwarz gut machen nein ich habe dich ein wenig mit meiner Karotten in der Nähe ich bin ich gleich mit dem Standort auch und mit und dem Ursprung nee nee da 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 drauf stehe ich nicht das Wähler dann doch wieder bisher dann zu tun die Welt also ich bin immer ein 6 Euro wobei alter in den Nied doch wieder wird nur hier auf ich Hörn wir auf ja so, Luft wo seid ihr? Hier also, ja ich komme mal Hey, jetzt lass mich rein Sorry Ich hab keine Luft mehr Soll ich Freddy töten? Okay Haha, bitte Bitte Da ist das Zuckerrohr und da liegt seine Karotten ich habe nichts eingesammelt der seite okay also wir waren hier der mal schluss bis zum wacke ich mag jetzt warte kurz ich muss noch das werden die mieter hat eingesammelt die mieter es sei dass er es sollte ja nun gib mir meine karotten also wir haben jetzt ja auch mal bis zum nächsten mal dann tschüss beende deine aufnahme